So, hallo und alle, zur nächsten Folge von Magic Craft, wir müssen jetzt bei der fünften sein. Die letzte Folge war mal richtig fail. Ich weiß nicht, ob ihr sie gesehen habt, die war richtig fail, alles verloren. Die war richtig daneben, ja. Dämlich gestorben. Bei mir war es auch eher so ein Suchen. Ich darf alles nochmal neu zusammenfarmen jetzt, so, warte mal. So, ich mache nochmal eine Schaufel hier und dann gehe ich los und sammle wieder mein Zeug ein oder versuche neues Zeug zu farmen. Warte einfach ganz kurz. Ja. Und zwar, tadaa. Oh yeah. Das Wichtigste überhaupt eigentlich so zum Formbewegen zur Zeit. Unsere Dinos sind wieder da. Die Dinos. Und der Flugdino ist nicht mehr dabei. Na doch. Es kann sein, da, auch. Ich dachte, hier hast du. Genau. Oh, es ist so toll. Jetzt habe ich hier mein Buch wieder gekriegt. Oder hast du mir das zugeworfen? Ne, ich habe, hä? Ich habe das Buch auf einmal wieder. Ja, okay. Keine Ahnung. Ähm, in dem Buch stehen Rezepte drin, ne? Ja. So, und jetzt suche ich die Stelle, wo ich gestorben bin. Jetzt suche ich sie. So, ich werde das dann direkt mal machen. So, jetzt kann ich auch drüber flattern hier. Wo bin ich gestorben? Leider kein Wiki über das Ding. War das hier? Nein. Hier war das nicht. So. Ha! Siehste, ich habe das Stufe 2 Buch dann schon mal. Ich habe hier noch so einen magischen Baum gefunden, gell? Wieder kein Platz im Inventar. So, was braucht man denn am besten? Was möchtest du am besten zusammenbauen als erstes? Was ich zusammenbauen will? Ja, ein Schwert oder was denkst du, was ist zurzeit besser? Ich nehme mal ein Peck-Ax. Ich weiß nicht, worüber reden wir gerade? Was hast du da eingesammelt? Ähm, Petter und so. Also diese Form baue ich gerade. Okay. Wo du dann neue Waffen selbst zusammenbauen kannst? Genau, richtig. Ja, dann such dir einfach mal was aus, was für dich jetzt gerade nützlich ist. Ich merke nur trotzdem mal für alle Notfälle die Koordinaten einfach mal. Dann mache ich den hier. Dann mache ich noch eine Form. Na, ich werde, ihr seht jetzt gerade, was ich sehe. Da und da. Ach, der Creeper sieht ich nicht. Schade, Steffen. Das macht nichts. Ich bin schon so gefreut auf so einen Kampf von oben, weil es jetzt nur da und denkst du so, gleich knallz, gleich knallz. Kai knallz, 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 gleich knallz. Was? Ah, gleich knallz, 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 knallz. Da freust du dich, gell, wenn es bei mir knallt. Ja. Aber sowas von. Ich finde, ich ohne Scheiß, ich finde die Stelle nicht, wo ich gestorben bin. Das ist unglaublich. Und die Chunks laden ja auch gerade übelst da. Kann sein, wenn da noch jemand, der unsichtbar ist, auch noch durch die Gegend fliegt, weil ich bin gerade hier vorne in dem Bereich. Ich weiß, dass es irgendwo in dem Biom war, aber das ist doch... Nix, nix. Alles okay. Da mache ich noch Zuckerrohr. Ich habe hier so ein Totem gefunden, oder so. Nix. So ein schwarzes Ding. So ein schwarzes... Hardbilder. Wunder dich jetzt gerade mal nicht. Ich versuche jetzt ein paar Sachen aus. Ah, die Nitro-Creeper sind auch vom T-to-Struct. Kurze Frage. Hier ist sowas ganz komisches. So eine schwarze Säude, die hier mitten im Wald steht. Die kann ich auch nicht abbauen. Nicht. Nee. Ja, das ist vom Farmcraft des Obsidian Totem. Da braucht man eine Diamantspitzhacke, dass du es abbauen kannst. Ich habe einen Sumpfbjürn gefunden übrigens. Ja. Doll. Egal. Jetzt habe ich Zuckerrohr gefunden. Oh, jede Menge Zuckerrohr. Aber hier vorne bin ich eigentlich gestorben. Leider nicht die Stelle, die ich haben wollte. Egal. Das ist voll cool. Kannst einfach hinfliegen. Dino absetzen, abbauen. Wieder runtergehen. Jetzt können wir endlich anfangen mit Farmcraft. Moment. Alles klar. Ich bin gerade dabei, hier mit diesem Mails-Mod mich auseinanderzusetzen. Da eine Kiste und ein Pad da oben drauf. Geht auch noch. Kiste. So. Jetzt habe ich schon mal 19 Papier. Das reicht erstmal. Das reicht. Ach, rein tun. Hier ist einiges am Laufen gerade, wo ich bin. Und ne... Ist einiges am Laufen. Was machst du da? Achso, du guckst gleich schon wegen den neuen Craften und so. Ich tue direkt die neue Mod hier einführen. Okay. Also antesten und so, was man da so machen kann. Und da habe ich jetzt das erste Buch gleich fertig gecraftet. Ist auch gar nicht so schwierig, weil das hauptsächlich irgendwelche ganz leichten Rezepte sind. Hast du irgendwie noch ein bisschen Leder übrig? Leder? Habe ich, ähm... Ja, noch 13 in der Kiste. Drei brauche ich. Moment. Ähm, Leder, Leder, Leder da. 1, 2, 3. Du wolltest doch ein Bücherregal haben, gell? Ja. Habe ich gleich fertig. Habe ich. Habe ich. Da habe ich es. Jetzt kann man hier die Waffe auswählen. Das da rein, das da rein. Jetzt brauche ich noch einen Kopf. Was mache ich damit? So, dann gib mir mal irgendwas... Ich habe hier ein Bücherregal für dich. Was richtig Stabiles. Okay, stell das mal einfach hier drüben hin. Hier rechts oder so. Wir brauchen eigentlich zwei, aber wir müssen da gleich mit dem Zauberstab drauf. Nehmen die Eisenkiste? Ja, stellst du einfach hin. Das tun wir dann später mit dem... Du weißt doch noch von Farmcraft den einen Zauberstab, wie man den macht. Achso, ja, nicht mehr so ganz auswendig, aber... So ungefähr. So, da brauchen wir noch den Kopf. Irgendwo ein Eisen, ja, hier. Da will ich auch mal was von einem neuen Mod machen. Mache ich gerade mal folgendes. Oh, ich habe was rausgeworfen. Ja, ich habe es gesehen. Ich habe es nicht eingesammelt. Oh, da habe ich. Das da ganz kurz und dann das da hier und dann... Geht das nicht? Lalu? Hast du gehört? Ja, ich habe es gehört. Klang, 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 klang. Was ist das für eine Spitzhacke, die du hast? Das ist eine... Pickaxe, steingebunden mit Eisenkopf und einem Kupfer, einer Kupferverbindung. Und die macht was? Äh, die baut ab, halt genauso wie alle anderen Spitzhacken auch. Äh, ich glaube nicht, den... Das ist, ähm... Man kann das gucken, also die hat eine relativ hohe Haltbarkeit. Hat die gleiche Wirkkraft. Hier in der Mitte kann man das nämlich zusammenbauen. Und man kann die jetzt noch upgraden. Wenn du jetzt, ähm, zum Beispiel... Ach, Lapis und sowas hast, dann kannst du die upgraden. Die hat eine Haltbarkeit von 125, eine Attack-Craft von 1,5 Herzen, ähm, Mining-Speed von 6 und Mining-Level bis zu Redstone. Okay, und wie fängt man sowas an? Weil dann kann ich jetzt auch mal versuchen, so ein Ding zu machen eventuell. Ach, guck, hier drüben an dem Tisch kannst du so Petter reinlegen. Ich weiß nicht, ob du es angezeigt bekommst. Ja gut, und wo kriegt man die Pettern her? Das ist die nächste Frage. Ach so, die, ähm, guck mal das erste Buch hier. Ja, guck mal da rein, da wird alles erklärt. Also es ist eigentlich ganz einfach. Da hast du so einen Stanztisch, da kannst du unterschiedliche... Ich tue da jetzt einfach mal ein paar produzieren. Den... Dingeskopf, den Kopf, den Sperdkopf, Sperdgriff. Ach so, für Clay brauchst du gerade hier. Deshalb hast du Clay gesucht, ne? Oder was? Ja. Hab ich. Wow. Rot-Petter. So, dann... Aber du musst sie jetzt nicht herstellen, weil ich hab hier drüben... Guck mal, das ist halt hier, das ist quasi der Tisch zum Herstellen. Ja, ich seh's jetzt gerade schon, du hast die schon gemacht hier. Ja, hier. Hier drüben in der Kiste hab ich die dann reingelegt, die wir schon haben. Und die kannst du, wenn du hier dran gehst, an den Projekt-Tisch... Ja. ...Apart-Bilder, da kannst du die rausnehmen. Und jetzt kannst du zum Beispiel da ein Stück Stein reinlegen und dann hast du eine Stein-Pickaxe-Kopf. Okay. Also, mit einem Stein kriegst du komplett schon von der Steinspitzhacke den Kopf. Okay, das ist wirklich cool. Und du kannst jetzt natürlich da auch hergehen und kannst die Bindung hier reinmachen. Und da tust du jetzt ein Eisen und dann hast du eine Eisen-Bindung und hast noch einen Eisen-Chunk. Den kannst du... Ich nehm mir die Eisen-Bindung raus und dann kannst du den Chunk nochmal... Dann kannst du zwei Eisen-Bindungen aus einem Dings machen. Okay, dafür brauch ich halt Eisen. Hab ich ja nichts. An diesem Tisch, das ist der Projekt-Tisch. Hier kannst du jetzt hergehen und kannst zum Beispiel auswählen Spitzhacke. Oben. Jo. Dann dick rein. Die Bindung. Und jetzt bräuchte ich halt noch einen Kopf. Da hab ich jetzt halt keinen gerade hergestellt. Und dann kannst du dir hier deine eigene Spitzhacke zusammenbauen aus unterschiedlichen Materialien. Du kannst eigentlich fast alles, was es so in Minecraft an Materialien gibt, wenn du es in Petter reinbekommst, dann kannst du es auch hier zusammenbauen. Und für etwas größere brauchen wir dann später halt einen Hochofen, weil du musstest dann schmelzen. Das ist extrem cool, muss ich sagen, gerade. Ja, vor allem, weil du kriegst halt hier so komplett unterschiedliche Werkzeuge raus, ne? Du hast dann halt mit unterschiedlichen Farben und so. Das sieht halt extrem hübsch aus. Mir fällt noch gerade was ein. Moment, 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 Moment. Ich hab mir noch irgendwas gesehen. Da. Ich hol mir ganz kurz was und probier das mal aus. Vor allem, ich wollte auch ein bisschen Materialien so holen. Ähm, nur mit dem Tisch, mit dem Bücherregal, wie wäre jetzt der nächste Schritt dazu? Weil wir wollten ja dann eventuell Dings draus machen. Achso, ähm, der nächste Schritt ist, dass wir aus dem... Möchten wir nur gerade hier so ein kleines Gehege für meinen Flugsaurier machen, damit ich nicht immer den einsammeln muss, weil der hier die ganze Zeit so wild durch die Gegend fliegt. Der nächste Schritt für den Tisch ist, dass du mit dem Zauberstab, dass du einen Zauberstab herstellst und dann auf den Tisch drauf zeigst. Und der Zauberstab ist mit einem Stick, mit einem von den... Ach, wo ist es denn? Ich weiß nicht, kannst du schon mal loslegen, dann? Ja, ja, ich guck gerade. Werde wieder geflutet. Einen von den States, Watershades. Äh, wo ist er denn jetzt? Oh. Wollen wir mal wieder ins Bett gehen, weil es dunkel ist. Ich weiß gar nicht mehr, was unten kommt. Bist du mal ganz kurz in das... Nee, quasi in die eigene... Lass mal kurz pennen gehen, solange es jetzt noch geht. Alles klar. Komm. Ich sehe immer noch im Chat unten Down-Dial. Und von Life was shot by Skeleton. Ja, bei mir steht noch da, dass ich mir am Anfang den Apfel geholt habe, weil wir schon... Dings ganz am Anfang, das steht noch da. Ja. Und hier vorne sind auch wieder ein paar neue Früchte fertig. Das heißt, äh, die Strawberry und... Wo hab ich ja noch Chilis gesehen, oder? Waren die auch schon fertig? Nee, waren noch nicht fertig. Kümmer du dich mal um die Früchtchen. Ich guck mir mit den ersten Zauber... Oh, 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 warum brenne ich? Warum brenne ich? Weil du vom Zombie angegriffen wurdest, der brennt. Ey. Mein Arsch. Wenn man von brennenden Zombies berührt wird, dann brennt man selbst auch. Brauch essen. Sonst regeneriere ich mich nicht. Ist mal grad eine Erdbeere, was das bringt. Och, halt dann wieder voll. Ich hab hier noch eine Melone. Wo ist denn der erste Zauberstab? Was war das? Ich such den Zauberstab und krieg's nicht raus. Ja, Steffen, wedel mal schnell mit dem Zauberstab. Ja. Wo mein Flugdino da war. Scheiße. Was? Ich glaub, äh... Flint. Ja, und was mit Flint? Jetzt kommen die ganzen Zombies hier an und wollen hier was von mir. Haben wir Flint? Nee, gell? Äh, nee, noch nicht. Also, da müssen wir ein bisschen Gravel farmen. Ja, ich hab Gravel hier. Ich bin grad noch ein bisschen am Kopper. Ich sammle mir jetzt hier so ein klein wenig ein bisschen Material zusammen für ein vernünftiges Rüstungssettel. Aber wo, kann man nur Werkzeuge dann zusammen haben oder auch Rüstung? Ähm, nee, erstmal nur Werkzeuge. Rüstungen sind, glaub ich, noch nicht drin. Okay. Äh, irgendwie kommt da kein Flint raus, wenn man den Gravel abbaut. Nicht immer. Nicht immer. Ja, aber ganz selten mittlerweile. Ah, jetzt hab ich einen. Okay. So, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber ich glaube, es war so... Nee, es ist nicht. Verdammt. Weißt du noch, wie der Farncraft-Zauberstab ging? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, da brauchst du dann nicht, äh, äh, einen Stock, einen Normalen, einen Stick und dann so einen Farbstoff. So ein pinker Kristall. Ein pinker? Ja. Das geht aber auch normaler. Okay, und dann? Geht auch mit anderen Farben, ja. Und dann? Stick? Und was noch? Äh. War gut. Gold, glaub ich, oder? War das Gold? Gold war's genau. Wir brauchen für unten drunter noch Gold. Ich hab so viel was eingesammelt. Also, ich kann dir Gold geben. Das ist, äh, wunderbar. Also, Gold, Stick und dann so ein Farbstoff. Der wird, glaub ich, diagonal gemacht. Dann kannst du es zusammen craften irgendwie. Genau, das war das Rezept dafür. Das hab ich sogar noch im Kopf. Wow. So, komm mal kurz wieder zurück und schmeiß das Zeug da hin. Äh, wir bräuchten vielleicht noch ein paar weitere Öfen, damit das ein bisschen schneller geht mit dem ganzen Brennenzeug und so. Ja. Mittlerweile haben wir hier so viel Zeug aufgebaut. Aber wir haben noch die Übersicht. Wir haben halt kein vernünftiges Haus oder Hütte oder was auch immer. Ja, da ist er ja. Ach, das stimmt. Das geht ja ganz schnell mit deinem Flugsaurier. Ja, ja, klar. Ich bin unterwegs. Äh, Moment. Äh, weitere Öfen bräuchten wir noch ein paar. Ich mach nur ganz kurz. Ich hab keinen. Wir können auch einen upgraden. Wenn du, wenn du Gold hast, dann können wir den upgraden. Ach so, Moment. Äh, ja, Gold. Ja, aber das muss ich erstmal schmelzen. Mal zum Eisenofen machen. Da haben wir zwei Eisenöfen. So, pass mal auf. Dann tue ich jetzt mal das Kopper wieder raus. Ach so, es hast schon gleich sortiert in die gute Kiste hier rein. Das Kopper. Ja, genau. Also alles, was so mit, mit, ähm, fertigen Teilen rein, hab ich schon mal in die gute Kiste rein. Gut, denn hier drüben hast du nochmal geupgradet. Dann nehm ich kurz das raus. Eisenbindung, Eisen. Hier hab ich eine Steinbindung. Falls wir noch irgendwas aus Stein herstellen müssen. Das. Aber ich glaub, du brauchst nur so ein Gold-Inget, nicht ein ganzes Goldstück, oder? Äh, genau, ich brauch ein Gold-Inget. Hier, da unter dir liegt Gold. Achtung, bleib stehen. Zack, hast eingesammelt. Alles klar. So, und ich wollte dann ja grad mal gucken bei den Teilen hier, bei der Form. Da ist er. So, und damit dann einmal hier drauf gedippt. Ach so, der muss ich erstmal aufladen. Der hat noch nicht genügend Aufladung. Also ich hab hier grad das Ding in diesen Part-Bilder oben so und so und den Kopf reingemacht von dem, von der Spitzhacke. Ich hab da auch ein Gold reingelegt, aber da passiert nix. Ja. Auch seltsam. So, jetzt hab ich schon drei Bücher hier in dem Spiel. Ach, das ist dann die Verbesserung mit den... Guck hier, wenn du... Das hier ist das Buch Nummer zwei. Du hast doch diese Mod mit den Regalen, da könnten wir doch auch mal was bauen, oder? Ja klar, wollte ich ja machen, aber ich hab das Rezept vergessen. Können wir ja keine Kinder-Bueno essen. Die Bücher dann reinstellen hier, damit die nicht wegkommen. Warte mal kurz, hier gibt's... Ach so, da einfach... Dings, Dings und das da, das da. Hä? Let'sfetz. Was ist jetzt da? Haben wir nichts zu essen? Ach, die Rezepte von Mott werden nicht mit angezeigt. Schade. Erstmal so ne Chili, gell? Ist das Ding auch scharf? Ja, ne Strawberry, die ess ich auch mal. Das ist unglaublich. Das scheint nicht so funktionieren, wie, ähm, eigentlich gedacht. Nicht? Ne, also man kann kein Gold übereinander zu so einem Stick zum Beispiel machen. Das geht nicht. Gold zu einem Stick? Mhm. Was für'n Stick möchtest du denn machen hier an dem Tisch? Also du kannst auch, du kannst auch Stein so'n, so'n Stab machen. Ja, ja, ich... Eisen geht das nicht, es geht nur aus Stein. Eisen müsste aber auch gehen. Warte. Nehmen wir das hier raus. Dann musst du hier den... den Petter rein tun und dann... ein Eisen nehmen. Müsste normalerweise gehen. Bis Eisen ist es, glaub ich, noch möglich. Ja, das geht. Ja, das geht. Hier ist ein... ...Dab. Ein Kopf. Kannst du auch noch machen? Ne, ein Eisen-Stick hab ich probiert, aber das geht nicht. Wenn ich das übereinander mache, dann geht's nicht. Doch, doch, das ging. Ich hab zwei Eisen-Bachen übereinander gelegt und eine Crafting-Box, da passiert nichts. In der Crafting-Box? Ja. Ne, das musst du an dem Tisch hier drüben machen, an dem neuen. An dem Part-Bilder. Aber das mit dem Cobblestone geht doch auch im Inventar, da hab ich hier so ein Eisen-Stone-Rod hergelegt. Beim Cobblestone geht's noch, ja. Aber dann später musst du... Das musst du dann anders machen. Ich mach dir jetzt noch schnell einen Kopf, dann... Boah, du machst das alles hier an diesem... ...an diesem Tisch. Ja, ja, klar, oben Eisen rein. Aber das... Hey, bei mir wurde das nicht angezeigt. Ich hab doch auch hier oben grad so ein Eisen-Ding reingemacht. Jetzt auf einmal geht's. Ich kapier's nicht. Wenn ich Gold reinmach, geht das nicht. Wenn ich Gold reinmachen, geht das nicht. Nein, bei Gold krieg ich keinen Kopf. Ich würd mal sagen, wir machen mal einen kurzen Cut. Dann können wir uns in der nächsten Folge. Weil wir haben nämlich 20 Minuten. Und ja, dann sind wir hier raus. Tschau, Leute. Und tschüss. Tschau. Tschau, tschüss. Bis zum nächsten Mal.